Ja, erstmal ist er ernst zu nehmen. Wir haben natürlich das ganz starke Beispiel jetzt in Venezuela, wo es auch dazu kommen könnte, dass es ein Referendum gibt und das Referendum dazu führt, dass der aktuelle Präsident Maduro dann abgewählt wird und die Rechten ziemlich stark sind, die ja im letzten Jahr auch die Parlamentswahlen gewonnen haben im Dezember und es sicherlich da auch weiter sozusagen eine Stärkung rechter Kräfte geben wird. In anderen Ländern ist es absehbar. Wir haben es gesehen jetzt in Peru, wo es ja auch einen linksliberalen Präsident ähnlich wie Rafael Correa in Ecuador gab mit Ollanda und jetzt bei der letzten Wahl ja überhaupt in den zweiten Wahlgang nur zwei rechte Kandidaten gekommen sind. Die Gründe sind glaube ich doppelte. Zum einen liegt es darum, dass das ressourcenextraktivistisches Modell, also ein Modell, das sehr stark darauf basiert, dass Ressourcen gefördert werden für den Weltmarkt, sozusagen aus dem Boden geholt werden, da agrarische Produkte angebaut werden, wie Soja oder auch Viehzucht, dass dieses Modell 12, 13 Jahre relativ in Anführungszeichen erfolgreich war, weil es hohe Weltmarktpreise gab. Bis 2012, 2013 beim Öl, 2014 waren die Preise relativ hoch. Es kam viel Geld ins Land und damit konnten die Regierungen, auch die progressiven Regierungen, aber natürlich auch die Rechten in Ländern wie Kolumbien in Mexiko relativ viel verteilen. Und dieses Modell ist an die Grenzen gekommen und das führt jetzt bei der Bevölkerung zu Unmut. Und der zweite Grund, warum jetzt auch die Rechte sich wieder besser aufgestellt hat, sich reorganisiert hat und die linken Regierungen unter Druck kommen, liegt darin, dass es durchaus Unmut gibt und hohen Legitimitätsverlust der linken Regierung. Dass sie teilweise autoritär mit sozialen Bewegungen umgegangen sind, denken wir an Rafael Correa in Ecuador, dass sie selber gemauschelt haben, denken wir an die Präsidentschaftsfamilien des Ehepaars Kirchner in Argentinien, die drei Perioden regierten, erst Nestor Kirchner, dann Christina Fernandes der Kirchner und ihr Vermögen versiebenfacht haben. Und das sind sozusagen Unsauberheiten oder das sind Entwicklungen, die bei der Bevölkerung auch nicht so gut ankommen. Und wie veränderungswillig stellen sich die linken Regierungen in Lateinamerika da jetzt dar? Also zum Beispiel gegenüber der Bevölkerung, die jetzt eben protestiert und auch gegenüber neuen sozialen Bewegungen? Das ist sehr unterschiedlich. Erstmal in Brasilien muss man sagen, der Druck der Rechten hat sozusagen schon sehr stark die Regierung unter Druck gesetzt, dahingehend, dass seit März 2014, also seit gut zwei Jahren, es eine sehr intensive Antikorruptionskampagne gibt, die gar nicht von der Präsidentin selber initiiert wurde, sondern dafür, dass die Arbeiterpartei, also die linke Partei, der Justizunabhängigkeit gewährt hat. Das war zum ersten Mal in Brasilien, dass jetzt eben Staatsanwälte, Richter vorgehen können in Korruptionsfällen. Es gibt riesig lange Listen, es gibt große Unternehmer, Odebrecht ist der größte Bauunternehmer des Landes, der Chef sitzt im Gefängnis. Und da sind sehr viele rechte Politiker unter Druck gesetzt, weil man schätzt, dass ungefähr 300 von den 600 Politikern, Politikerinnen in Korruptionsskandale verwickelt sind, weitgehend Rechte. Und in dem Moment, im März 2014, haben dann eben auch rechte Parteien und auch Unternehmer das Bündnis mit der Arbeit dabei aufgekündigt, weil sie gehofft haben, wenn jetzt wieder eine rechte Regierung rankommt, und das ist ja mit Michel Temer jetzt der Fall, Rousseff wird ja fallen seit vorgestern durch das Impeachment, durch das Amtsenthebungsverfahren. Und die rechten Kräfte hoffen sich dann jetzt und die Unternehmen von den rechten Regierungen, dass sie durch den Korruptionsskandal nicht belangt werden. Das sind also ganz handfeste Interessen. In anderen Ländern wie Bolivien und Ecuador ist die Rechte nicht so stark und da kann man noch hoffen, da sind ja noch die linken Präsidenten, Morales und Correa an der Macht, dass es Lernprozesse gibt. Man kann hoffen, dass sie eben wieder stärker auf die Anliegen der sozialen Bewegung, auch der Armen in der Bevölkerung sozusagen hören. Und dann haben wir ein Land, was oft vergessen wird, wenn es sozusagen um Linke in Lateinamerika geht, das relativ konsolidiert ist, nämlich in Uruguay, die Frente Amplio, also die breite Front, die weiterhin breite Unterstützung hat, die beispielsweise als einzige Regierung eine wirklich ernsthafte Steuerreform eingeführt hat, also dass sie eben nicht nur abhängig sind von den Weltmarkterlösen, von den Zöllen und von den Konzessionsvergaben. Und da haben wir eine Ungleichzeitigkeit auf dem Kontinent, was ja eigentlich klar ist, es geht ja nicht alles in eine Richtung. Man sprach ja seit 1999, seit Chavez in Venezuela seinen Amtsantritt hatte, von einem progressiven Zyklus. Geht der jetzt zu Ende? Was glauben Sie? Na, ich glaube, der progressive Zyklus sozusagen ist erstmal erschöpft. Also die ganz dynamische Kraft, die ganz dynamische Hoffnung einerseits auf ein Zurückdrängen von rechten Kräften, das hat sich jetzt erschöpft, weil wir merken in Ländern wie Argentinien und Brasilien ist die Rechte zurück oder auch in Venezuela. Die Erschöpfung ist, dass es sozusagen eine ganz progressive Umverteilungspolitik gibt, weil eben die Weltmarktpreise runtergehen. Und es gibt eine Erschöpfung, dass eben nicht die Wirtschaft umgebaut wird, weil das zentrale Problem in Lateinamerika ist ja weiterhin, wie kommen die Länder weg, nur die Ressourcen für den Weltmarkt zu produzieren, für uns hier in Deutschland, für die USA, zunehmend für China. China ist sehr präsent in Lateinamerika, sondern wie kann es ein Modell geben, das einerseits die interne Industrialisierung fördert, die solidarische Ökonomie fördert, die kommunitäre Ökonomie fördert. Also gerade in den anderen Ländern gibt es ja noch eine sehr relevante indigene Ökonomie, es gibt einen öffentlichen Sektor. Und da gab es große Hoffnung, dass das gestärkt wird, das ist nur begrenzt der Fall. Und da muss man halt hoffen, dass wenn linke Regierungen oder auch, sagen wir mal, sozialdemokratische Regierungen lernen, dass sie das jetzt ernster nehmen und eben nicht nur sagen, wir setzen weiterhin darauf, Verkauf von den Ressourcen auf dem Weltmarkt auf Teufel komm raus. Also ich halte es sozusagen für eine offene Frage, ich glaube jetzt in Brasilien und Argentinien sind die Modelle sehr unter Druck und in Venezuela sowieso, aber dass eben doch in anderen Ländern die Regierungen noch lernen können und dann eben umsteuern und sagen, wir unterdrücken nicht die eigenen sozialen Bewegungen, die uns ja vor einigen Jahren an die Macht gebracht haben, sondern wir drängen wirklich die Interessen der Oligarchie zurück, die es ja weiterhin gibt. Das haben die linken Regierungen nicht gemacht. Die Regierung Lula in Brasilien, die Arbeiterpartei, hat mit der Agrar-Bourgeoisie den Takt gemacht und zwar ganz offen und hat nicht eine Landreform vorangetrieben, was das zentrale Problem in Brasilien ist. Und man könnte hoffen, dass in den nächsten Jahren diese Probleme auf den Tisch kommen, dass soziale Bewegungen wieder stärker werden, was ja in einigen Ländern der Fall ist, und dass dann wirklich linke Agenten durchgesetzt werden. Vielleicht können Sie nochmal genau ausführen, was die lateinamerikanische Linke denn tun müsste, um wieder mehr Rückhalt zu bekommen? Ja, sie müsste sich wieder stärker wirklich mit den Anliegen der Bevölkerung auseinandersetzen. Also sie müsste wegkommen von einem Kaudillismus, also einer sehr präsidentenzentrierten Politik, einer sehr zentralistischen Politik, die im Zweifelsfall gegen die eigene Bevölkerung und auch gegen die sozialen Bewegungen autoritär wird. Das ist der eine Punkt. Also nicht zu sagen, jetzt sind wir an der Macht, jetzt gestalten wir von oben den Staat um und müssen auf die Bewegungen, auf die Anliegen der Bevölkerung nicht mehr hören. Man muss sehen, wir haben Studien angefertigt in einer Forschungsgruppe, dass von dem Umverteilungspotenzial, das die Regierungen hatten, bei den Ärmsten gar nicht so viel ankam, sondern es kam sehr viel bei den Mittelklassen an, bei der Oligarchie selber, die haben auch in allen Ländern gewonnen in den letzten Jahren, trotz linker Regierung, aber bei den Armen der Ärmsten kam nicht so viel an. Das wäre der erste Punkt. Also wirklich eine Politik für unten zu machen, für die breite Bevölkerung. Damit einhergehend wäre der zweite Punkt, die Oligarchie zu schwächen. Das ist in keinem Land geschehen. Der Einzige, der das versucht hat, ist Präsident Lugo in Paraguay. Der hat über Landreform gesprochen. Der wollte das angehen und nach zwei Monaten war er des Amtes enthoben. In einem ganz ähnlichen Verfahren wie jetzt Rousseff in Brasilien. Das dritte wäre, wie gesagt, eine Wirtschaftspolitik voranzutreiben, so schwierig es ist, die nicht darauf setzt, dass noch mehr Ressourcen, agrarische, mineralische, gefördert werden, auf den Weltmarkt geschmissen werden, Erdöl, Kohle, Gas, sondern dass wirklich die interne Ökonomie umgebaut wird. Und es geht aus meiner Sicht mit einem vierten Punkt einher, einen Staatsumbau ernst zu nehmen, der wirklich wegkommt von diesen korrupten, klientelistischen Strukturen. Und wirklich, das hört sich immer so ein bisschen eurozentrisch an, aber ich halte es schon für wichtig, einen Staat, der wirklich auch für die öffentlichen Angelegenheiten da ist, der einigermaßen transparent ist, wo es nicht nur darum geht, dass die, die eben an der Staatsmacht sind, ihre Schnitte machen. Also eine wirkliche Staatsreform voranzutreiben. Das sind aus meiner Sicht Punkte, die ganz wichtig wären. Und der fünfte, da gab es ja Versuche, vor allem von Hugo Chavez angeführt, aber die haben nicht gut funktioniert, ist eine regionale Integration. Also sowas, dass wirklich nicht mehr nur von China, den USA, Europa abhängig sind die Länder, sondern dass sie eigenständige Wirtschaftsprozesse haben und sich viel mehr regional austauschen. All diese Ansätze erfordern ja ein recht hohes Maß auch an Selbstkritik und erfordern eine selbstkritische Debatte letztlich. Ist das denn überhaupt möglich in der lateinamerikanischen Linken? Ja, das ist eine große Sorge, die ich habe. Das Problem ist seit ungefähr 2004, 2005, also Hugo Chavez war, wie Sie sagten, seit Dezember, er ist im Dezember 98 gewählt worden, seit Anfang 99 war er dann Präsident. Und Hugo Chavez hat nach sechs Jahren den sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts ausgerufen. Völlig unvermittelt, das hat niemand erwartet, gegen Jahresende 2005. Und das war ein Umschlagpunkt, dass er einerseits diese unglaubliche Vielfältigkeit in Venezuela von sozialen Bewegungen, von Engagement der Menschen im Bereich Wohnen, Ernährung, Bildung, Gesundheit, dass er das rückzentralisiert hat in den Staat, dass er gesagt hat, Staat und Partei wissen besser, wie es geht und wir gehen jetzt zum Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Also es war kein demokratischer Sozialismus, wenn man so will, wo er wirklich auch sozusagen die Aktivität der Menschen, der Massen setzt, sondern Staat und Partei sollten das wieder machen. Und in dieser Situation hat Chavez angefangen, ein Schwarz-Weiß-Spiel zu spielen, das dann Christina Fernandes de Kirchner in Argentinien und auch andere ein Stück weit auf die Spitze getrieben haben. Das Spiel bestand darin, bist du nicht für mich, bist du gegen mich, bist du rechts, bist du mit der Rechten, bist du mit dem Gegner. Und mit dieser Position, man kann das sozusagen populistisch nennen, also sozusagen wir gegen die, es wird immer der Gegensatz aufgemacht, mit dieser Position hat Chavez, ob er es wollte oder nicht, sozusagen Kritik, Selbstkritik in der Partei, in der Gesellschaft, in der Wissenschaft verunmöglicht. Weil jegliche Kritik wurde denunziert, du bist mit der Rechten. Und das ist aus meiner Sicht jetzt ein entscheidender Punkt, lernen die Regierung oder auch die Parteien, in die Opposition kommen, also beispielsweise der Peronismus in Argentinien, die ja in der Opposition sind, lernen sie wieder Vielfalt zuzulassen, Diskussionen zuzulassen und damit auch Selbstkritik über die Projekte, die in den letzten Jahren liefen. Bisher bin ich skeptisch, aber ich sehe überhaupt keine Alternative dazu, weil ein emanzipatorisches Projekt läuft ja über Vielfältigkeit, läuft ja darüber, dass eben auch Fehler korrigiert werden können, dass Fehler kritisiert werden können und nicht, dass es Staat und Parteien gibt, die alle erleuchtet sagen, wir wissen, wo der richtige Weg ist. Das war aus meiner Sicht der große Fehler des Linkspopulismus in Argentinien. Wir haben in dem Buch, das Sie einführungserwähnt haben, von Etienne Schneider und Tobias Boos, zwei Wissenschaftlern aus Wien, einen sehr schönen Beitrag, wo sie nochmal versuchen, die linkspopulistischen Erfahrungen in Lateinamerika auf Europa zu übertragen. Und da steht aus meiner Sicht, gerade für eine Linke, die wirklich emanzipatorisch ist, steht sehr viel auf dem Spiel. Sie haben für das Buch eben auch mit linken Intellektuellen aus sechs lateinamerikanischen Ländern gesprochen. Inwieweit waren denn da Gemeinsamkeiten festzustellen, wie eben linke Intellektuelle dieser Zeit gerade diesen rechten Bänden, Backlash bewerten und analysieren? Ja, es ist die Gemeinsamkeit. Also alle Interviewten kommen aus einer gemeinsamen Forschungsgruppe, die wir 2011 gegründet haben. Die heißt Jenseits von Entwicklung, man könnte sagen Jenseits des Entwicklungsimperatifs. Also das ist immer... Diese Ben-U-Beo, und die größten Mlerin-Bent wie eben labier Enjoy-Beo, wenn man das jetzt wünsشImperata-Ball